Kinder, du musst aufwachen. Wenn du was aufnimmst jetzt, dann bist du zu spät zur Schule. Aber wir sind müde. Du musst jetzt aufwachen. Okay. Wenn du so sagst, dann ja. Anna, wie denkst du, es würde in unserer neuen Schule sein? Ich denke, es würde gut sein. Guten Morgen, Kinder. Heute machen wir einen Hasen aus Papier. Wie geht es dann nur? Ich denke, ich könnte es meinen Weg gehen. Jetzt ist es fertig. Ein gutes Hase war es auch. Aber das war nicht ein guter Hase. Ich kann das sagen. Ich habe Milch und Wasser. Wollst du das? Ja, ich wollte ein Wasser. Ein Milch. Am schönsten ist das Pause in der Schule. Dann können wir spielen. Das war ein schönes Tag in der Schule. Ja, ich denke, das auch. Wiedersehen. Wir hoffen, dass du das Video gefallen hast. Und wenn du mehr willst, du musst an unseren Instagram gehen. Gein geht's. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Vielen Dank.